Das heißt, die Überlappen hier nebeneinander empfehlen, kann man praktisch nicht mehr weiter reduzieren. 20 cm genauer Schein bei 27 cm. ... mit dem Teranimodell, verkehrt man auf der normale Schweizer Landwirt, seine Bodenverhältnisse mit eingeben und seine Hutfahrzeuge im Gerät stellen. Weitere Arbeitsgeräte, wir haben 75 cm breite Reife mit einem Traktor von 12 Meter. Sind es nur 1,5 Meter von 12, 15 % saft, die befahren sind. Das heißt, auch wenn Erdmaschinen, Traktoren spritzen, fahren. Die Maschine selber, sehen wir jetzt, liegt im Feld auf der Walze. Wir werden gleich hier mit 15 km h arbeiten. Wenn ich die Wendezeiten, Wendezeiten mit 1,5 Meter, mit 1,5 Meter, 15 Meter und jetzt gut. Wir werden gleich sehen, muss hier vorderlich das Lenkrad eingehalten. Wie ist das wirklich, Michael? Ja, da sehen wir unsere neue Funktion Einzelspur, die wir seit diesem Frühjahr annehmen. Sie sehen, der Fahrer muss eigentlich gar nichts mehr machen. Herr Traktor, wir haben vorgestern einmal die Fahrgassen hier ab. Es ist 3 Meter Arbeitsbreite. Das ist schon eine Spur, die vorher gemacht wurde. Das ist die erste Spur, die ich gemacht habe. Jetzt fährt er genau... Jetzt macht er genau die nächste. Ah, super. Also eigentlich perfekt. Du bist gut. Was ist das so, wie ich das so? So. Du bist gef different, wenn du jetzt? Du bist. Du bist wirklich fertig. Du bist ja so. Du bist toll. Ich hoffe, dass jetzt gerade eine Szene möchte. Du bist da. Du bist das in der Sitzung. Vielen Dank.